Dorien Pasek-Rader, 25, aus Kirchheim, darf auf dem beliebten Ratestuhl bei Moderator Günther Jauch Platz nehmen. Trotz seines jungen Alters ist er in der Politik verwurzelt. Denn der junge Mann ist als PR-Berater in einer Politikberatung tätig. Wie hat es Olaf Scholz bisher ohne sie geschafft? Na, das Ergebnis sieht man ja, fragt er den Kandidaten suffisant. Der 25-Jährige lässt aber durchblicken, dass er nicht für die Partei des aktuellen Bundeskanzlers tätig ist. Aber nicht im blauen Bereich, oder? Fragt Jauch. Das kann Pasek-Rader jedoch verneinen. Er gibt zu, dass er aktuell für die CDU tätig ist. Aus diesem Grund bohrt der 68-jährige Moderator nach, Politikberater. Wen berät man da? Nimmt man da zu tagesaktuellen Fragen Stellung? Sagt man, zieh dir mal eine andere Krawatte an? Ja, auch. Es gibt ja manche Fälle, da kann sich ein Individuum nicht passgerecht anziehen, verrät der 25-Jährige. Seine Hauptaufgabe liege aber darin, die Reden zu schreiben, auch auf Bundesebene. Sein aktuelles Projekt liege aber im lokalen Bereich. Im nächsten Jahr sind ja Wahlen, und da stellen wir jemanden auf in Niedersachsen. Bei der Wahlkampagne helfe ich mit, erklärt er. Während es beruflich also optimal läuft, gibt es in der RTL-Show Probleme. Denn der Kandidat verursacht Tonstörungen, da sie doch sehr aktiv da auf dem Stuhl sitzen, erklärt eine weibliche Stimme aus dem Off. Zudem taucht eine Assistentin auf und fordert den Kandidaten auf, für eine Tonprobe etwas zu zapeln. Daher betitelt ihn Jauch doppeldeutig als Wackelkandidaten. Dabei schlägt sich der Kandidat gut und schafft es bis zur 64.000-Euro-Frage. Doch bei dieser steigt er aus und sichert sich 32.000 Euro.